Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fede Möse, zu einem neuen Zeitplan-Video. Das ist nicht nur das Zeitplan-Video, sondern auch der Kanal-Trailer. Ich weiß, ich habe schon ein Zeitplan-Video rausgebracht, ich habe mich aber letztes Mal ein bisschen versprochen gehabt, das tut mir leid. Deswegen machen wir jetzt einfach ein neues Zeitplan-Video. Okay, am Montag kommt Monster High Montag, Monster High Kurzgeschichten und Monster High Gossip Ghoul. Am Dienstag kommt die Sims 4, am Mittwoch kommt My Sims Kingdom mit der Frankie, denn die Abby hat jetzt Super Mario Galaxy beendet. Am Donnerstag kommt Venetica von Laguna und einmal im Monat gibt es zwei Unboxings ab Oktober. Noch nicht jetzt, noch nicht, ach jetzt ist ja September, noch nicht im September, aber nächsten Monat im Oktober gibt es zweimal im Monat Unboxings. Und ja, jetzt im September werden wir ein Unboxing haben, ein Ever After High Unboxing. Das wird das letzte Ever After High Unboxing sein. Das liegt daran, dass Ever After High nicht mehr so beliebt ist. Die TV-Show hat, soweit ich weiß, auch aufgehört, weil jetzt stattdessen Disney Descendants gemacht wird. Und ja, deswegen werde ich auch keine Puppen mehr sammeln von denen, sondern nur noch Monster High. Das heißt, zwei Monster High Unboxings in einem Monat für euch, ab Oktober dann. Und ja, das war es jetzt von mir. Ich wollte noch sagen, die Videos kommen, bevor ich es vergesse, die Videos kommen um 16.15 Uhr und um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr raus. Und ja, das war es jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsegruen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.